So guten Morgen, wir sind jetzt hier am dritten Tag, dritter, vierter Tag, dritter Tag, dritter Tag, dritter Tag in Amsterdam, ja genau, dritter Tag in Amsterdam, wir sind jetzt am frühstücken und werden dann vermutlich auch langsam dann mal wieder fahren und dann mal gucken, langsam mal gucken, wie das dann in Antwerpen wird und wir hoffen, dass wir sowas wie gestern nicht noch einmal haben werden. So, wir sind jetzt hier und sind gerade am schneiden und schreiben und was auch immer und wir spielen dann später noch in Amsterdam. So treckige Füße. Wir sind doch wieder in die auf der gleichen Brücke unterwegs und doch wieder in die gleiche Stadt auch. Wir sind nämlich doch noch jetzt im Tag hier in Amsterdam geblieben und wollen jetzt doch nochmal gucken, ob es vielleicht heute nicht über was hier geht. Keine Ahnung, vielleicht sind wir später enttäuscht, vielleicht noch nicht, aber wir erwarten jetzt nicht alles. Also jetzt haben wir nicht enttäuscht, weil wir erwarten nichts. Ja eben, genau. Wir kommen nicht enttäuscht zu. Wir erwarten jetzt nicht allzu viel von jeden Tag. Vor allem wurde du nicht mit sich. Ja genau, wir singen heute nur zu dritter Tag bei mir und haben wir heute Kamerakindlu hier. Ja genau, wir sind jetzt hier. Ja genau, wir sind jetzt hier. Ja genau, wir sind hier. Ja genau, wir sind hier. Ja okay, wir sind lucked. Also die Jungs haben gerade nach vorne gespielt und ich denke, die suchen jetzt einen neuen Platz und kommen gerade auch zu mir. Also ihr könnt sie gleich sehen. Wer hat nicht das Beste? Cool Glück, um jetzt in Amsterdam, aber ich glaube, das geht nicht an der Stadt, sondern eher ab. Das ist so eine Angewohnheit von Leon. Er macht immer Witze, aber niemand versteht es nicht mehr. Das ist alles so, Lions Insiderwitte. Die fängt nur Leon. Leon hat Zeit, wo dir was nicht reißen. Oh ja genau, genau. Also Leon ist vorhin wieder in die Seite gerissen. Also es sind hier jetzt vier Seiten in vier Tagen gerissen. Und die eine war gerade eine von den neu aufgezogenen. So, wir haben jetzt ein kleines Problem mit meiner Gitarre. Die verschwendet nämlich Seiten am laufenden Band. Also fünf Seiten in vier Tagen. Das können wir so nicht weitermachen. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Wir werden jetzt bei dem Musikhandel, bei dem ich die Gitarre gekauft habe, werden wir anrufen und dann mal nachfragen, was wir da jetzt eigentlich machen können. Weil ich finde eigentlich, dass es vielleicht noch unter Garantie gehen könnte oder so. Weil die Vermutung ist, dass der Steg falsch eingestellt ist. Und deshalb, und das schaut für mich auch so aus, als wäre das so. Und jetzt müssen wir gucken, was wir da machen, was wir da machen. Wir sollen auch mal einen Musikladen aufsuchen. Und dann werden wir sehen, was der da machen will. Wir wollen jetzt hier noch ein bisschen in Amsterdam rumschauen. Und vielleicht spielen wir später noch in einem Restaurant. Aber viel in der Stadt spielen werden wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist dann wohl das Ende der Musik in Amsterdam für uns. So, also wir haben jetzt doch noch 2 Euro Gewinn gemacht. Und zwar haben wir vorgestern 2 Feuerzeuge gekauft für jeweils 1 Euro. Und jetzt hat so ein Typ uns gerade ein Feuerzeug für 2 Euro abgekauft. Yann. Kommt. Mann. Mann. Mann.